oder steht er ja schon ich muss empfehlen glas mit dem jetzt auf die hier action oder mal kleiner ja mit ruf action pt die erste Warum flüchtet der denn noch? Ist das doof? Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Bei dem Baum da. Bei dem Baum? Du hast doch einen Baum, wa? Hätte er sich dich ankündigen können? Oh, da ist ein Punkt, der war schon mal hier. Oder war der schon so weit vor? Ja, hier so. Oh, der tatsächlich. Unser Herz. Und der beinahe sieben, da erfüchten die noch ich. Also wenn die nicht wissen, dass sie tot sind. Da liegt er. Ja. Das Baby. Das schöne ist von den Ring denen ja auch, dass er ab und zu mal was abgebrochen ist. So eine Sprosse oder so. Ja. Naja, wenn die mal in der Schlägerei war und so, kann das ja passieren. 160er Lunge. Na ja. Naja. 30,4. Hey. Der ist ja auch. Scheiße. Der muss hier irgendwo sein auf meiner Seite. Ja, ich sehe ihn schon. 20 Meter. Ja, ich habe ihn jetzt gestrumpft. Ich sehe ihn jetzt schon nicht. Ja. Der klang wie ein gutes Rennpferd. Ach da war der. Ja. Habe ich allen Dingen auch gut getroffen. Wird zwar eingeweidet sein, aber der Pfeil saß gut. Aber die Pfeilanimationen, da haben die gut geändert. Also das gefällt mir. Ja. Auch es gibt ja Windabweichung gibt es jetzt gerne. Ja. Ja. Wenn du auf große Entfernung schießt, ab 30 oder 40 Meter, dann hast du Windabweichung. Wie im echten Leben im Halt auch. Bei Regen soll das auch, äh, äh, beeinflussen. Oh. Oh, dass ich den jetzt verkühle, Alter. Oh, dass ich den jetzt verkühle, Alter. Oh, oh. Ah. 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 Oh. Ah. Uh. Hier ist Punkt. Also hier müssen sie sich ja eigentlich alle Geräten brechen. Aber so hohe, ja. Wie machen die das in den französischen Alpenrennen, die da auch steil die Wände hohe? Also Gämse können das ja. Ja, Gämse, ja. Aber also Hirsche auf keinen Fall. Au! Siehste, ich konnte das nicht. Verziehen. Die falschen Schuhe an. Sie ist flüchtend. Da ist er hier gestorben, da ist man nicht da unten irgendwo. Ja, ich bin hier gerade auch hier abgerutscht, aber ne. Dann hätten wir den Punkt gesehen. Aber für den Eingewaldetreffer rennt er auch noch gut. Da liegt doch. Ja, er steht da noch. Jetzt ist er erst gestorben. Gut, passt. Gutes Timing. Gutes Timing. Wo? Beide, ja. Ich würde mal ihm gucken, wohin genau getroffen hab. Oh, da guckt die Fallspitze raus. Aber das sehe ich auch nicht, oder? Ja. Nö. Oh. Hi. Okay. Hitten rein und andere Seite raus. Ah, die Animation ist geil. Ja, passt schon. Ja, wenn die getroffen zusammenklappen, das ist auch besser gewohnt, finde ich. Ah. Gestern ist mir das so aufgefallen. Hast du schon wieder was gehört? Ich hab so nix. Ah. So, jetzt bin ich da, wo du warst. Hab aber immer noch nix. Aber wir laufen mal eben ganz schnell da oben. äh, da müsste man sehen können. Ich hab noch nix gehört. Bei mir war noch kein Call. Jetzt. Männlich. Ich hab ja nen in den Baum sitzt mit. Ich kann mich da oben schön in den Baum reinpflanzen nochmal. Hä. Dann veranstalte ich mal ne Entenjagd und rufs versehen. So was nennt man denn Verbündetenbeschuss Friendly Friendly Fire Oh, gute Aussicht Friendly Fire hauptsache das ist nicht auf dem hochsitz und wartet auf uns ja schritte ich sehe ich mich mal hin er steht hier oben auf dem hügel die ambruch in der hand ich ruf mal steht direkt vor mir so ist sie nicht siehst du noch im moment nicht das ist genau hinter dem breiten boden sicher ich sehe ihn läuft an uns vorbei der ist weg gedreht ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe oder nicht ich hatte auf der lunge angelegt auf die lungen angelegt da ist auch ein punkt ich habe den jetzt nicht aufgenommen aber die spur ist da ich wollte ob ich den erwischt habe ich glaube es aber fast in dem moment wo ich abgedrückt hat ist er abgedreht das sieht nicht da noch aus mal den einen weiter gucken hey dann wirst du da wo du ihn getroffen hättest dann würde er auf jeden fall fliegen aber wenn hier nichts liegt dann wir flüchten da wo kein blut ne hast du nicht getroffen schade ich hatte so schnell aufwachen und in dem moment ist er ab kurz vor ist er ab da ist da jetzt noch einer unterwegs hier wenn man sowas hört muss man die armbus gleich anlegen und nicht das anlegen wenn man ihn sieht deswegen habe ich ja gesagt nämlich schon mal in der hand ja in der hand hatte ich die aber nicht angelegt das ist ja das bilder gewesen hm 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 hm